Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT, heute mit Fiskranz, Judy Niels, Tato, Alex, Payne, Flocke, Kunran und Maru, glaube ich wieder. Moin! Hallo! Endlich ohne Kapuzenloh! Hat er seine Schreibmaschine mitgeleckt? Ich hab das gehört! Er spielt jetzt wieder Maru? Ja! Jupp! Sag ich, ich geh aus, Lloidee! Also, wenn ne Slowmotion Gang kommt oder Vergiftung oder... Höhe, äh, Höhe, ähm, A bis Z, Länge 1 bis 10, nur damit ihr Bescheid wisst, wegen Calls, ja. Hm. Möchtet ihr eine Plasma haben? Ich hoffe, ihr habt noch eine Waffe übergelassen. Plasma! Wow! Du wirfst ja noch keine Plasma! Renn den Power! Nein! Oh, wow, ey! Hä, ich bin aber der DT geblieben. Ja, toll, war Tato jetzt... Also, er war gerade nicht... Vorsicht, Flocke, da ist doch ne Bärenpfanne! Oh, wow, ey! Wer hat die doch auf jeden Fall noch drei Traitor. Wir haben drei Traitor. Leute, Flocke stirbt jetzt. Ich war vorher Traitor und durfte leider nix gar. Flocke war inno. Okay, das Totemhunterknife geht jetzt nicht mehr. Ja, varte! Nils! Es ist... Nils ist es! Achso! Warte! Nils hatte das Messer, ne? Ja, ne, aber warum hat denn einfach Pain... Achso! Warum hatten wir das Totemhunterknife ausgeprägt? Das ist doch Quatsch von Pain. Pain is it. Pain is it, oder? Ich dachte, das ist ein Ice-Ninein. Ich dachte, das ist ein Ice-Ninein. Das ist doch Quatsch, was ihr erzählt habt. Ich bin Ice-Ninein. Nils hat das voll und ganz erklärt, warum... Ich bin ein Slime. Das muss Pain. Ich werde angeschossen. Nein, ich habe... Pain is it, ne? Nein, 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 nein... Hier liegt ne Bärenfalle, Leute! Ja, da ist doch... Ja, da ist doch... Das ist jetzt alles, was hier liegt, Leute. Ist hier... Warst du vorher Trader? Nein, ich war vorher auch Deter, aber ich habe mir ne Bärenfalle gegönnt. Aber da ist dann Flocke einfach reingedriffen. Die ist aber nicht mehr ausgelöst, oder? Nein, weil Flocke da ja reingedriffen ist. Nein, weil Flocke da ja reingedriffen ist. Können wir trotzdem erstmal noch Pain erschießen, oder ist das eigentlich ein Safe-Ding, oder? Pain, Pain, Pain. Ah, mit'n Boomerang. Jetzt guckst du an, wie er gekommen ist. Der ist rückwärts aus der Zone gelaufen. Ich habe ihn nicht erschrocken. Die Zone. Hier, warte, ich trage ihn zu dir hin, da kannst du gucken, während ich ihn der Hand habe. Da kann ich nix machen. Warte. Nein, ich will nicht von der Seite getötet werden, bitte. Ja, ist keine DNA. Ich glaube, die Trader kommen, um dich zu holen, Kunran. Oh Gott. Die Trader kommen. Ich dachte wirklich, dass sie dich töten wollen, Kunran. Ja. Das wird so sein, sonst gewinnen sie die Runde nicht. Das ist der Fisk. Der Fisk, der kommt. Der Fisk, der kommt. Der Fisk, der kommt, Kunran. Fisk. Inno geworfen. Und dann bin ich Trader. Dalu hast du den Rollentausch überlebt und was immer noch Trader. Wieso sollte ich den Rollentausch nicht überleben? Nein, also hat deine Rolle den Tausch überlebt. Ja, ich war erst Trader und dann tot im Jäger. Achso. Du hast es mehr bekommen, ne? Tausch. Da würde ich den Trader eine gute Vorwahl leisten. Dalu hast du mich rausgeschubst? Ne, du bist rückwärts rausgelaufen. Du bist mit dem Fuß auf das Ding gekommen. Eine Berührung mit dem Game, du bist tot. Ja. Man kann es gerade so schaffen, wieder reinzukommen. Feier. Feierfeier. Yes. Yes. Kunt. Drag. Genau. Ey. All. Achs. 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 Wer jetzt glaubt, an keiner mehr called, ist gut. Also es ist Alex. Ja. Ja, Alex ist wirklich. Ja, deswegen findet er das ja gut. Ich mache jetzt Alex! Das ist wirklich, ja. Ich habe eightie have Das ist wirklich, ja. Ja, Alex. Warum soll es Alex sein? Ja, Alex. Tauta! Muss sterben. Tauta muss sterben. hä. Wieso wurde die den anderen durchbrennen? Ja komm, dann wurde ich jetzt auch einfach irgendjemand... Oh nein, ich hab mich jetzt auch gewohnt. Scheiße. Ich hab einfach random reingekriegt. Ja, ja, da ist es bei dir. Wenn Nils jetzt gewohnt wird, dann müssen wir ihn leider erschießen. Leider. Wir haben hier keine Beweise. Wenn kein Wohnt mehr kommt, ist es Nils. Hier ist ein Baby! Ein Baby! Ich weiß es. Nein, ich bin es nicht. Nils ist Grater. Tatsächlich. Bumerang daneben geworfen. Wohne ist er explodiert. Weg von ihm, weg von ihm. Weg vom Tisch. Ein Boom Boom Boom. Der Pain lübt. Ich hab den Bumerang. Wer hat den Bumerang? Der Date. Ach so, zwei. The Baby! Er ist mir hier suspekt. Wir sehen, dass wir alle im Kreis noch. Julika das Baby. Ich kann es nicht aufgeben. Ist zu schwer. Pain. Wo ist er gestorben? Ich geh weg. Wo ist er denn gestorben? Es war Pain. Er hat mir Foto getötet. Ja? Ben töten. Ben töten. Ben! 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 Bill den Ben! In der Ecke hinten. Ich suche ihn die ganze Zeit. Hä? WTF? Er geht hoch. Er geht hoch. Er geht nicht hoch. Und? Er hat eine Bombe gelegt. Nee doch nicht. Er hat eine Erze nur eine Tasche gehabt. Wollte eine Bombe legen. Das heißt, er ist jetzt tot oder was? Dann ist nur noch der... Ja. Okay, der Dings da. Der Udem Hand und ein Jäger überleicht. Jäger. Ha geil, hier liegt noch ein Dingens. Ich lege jetzt die Bombe, okay? Ja, mach mal. Ne, ich meinte es andersrum. Leg mal genau in die Mitte der Map. Wir hatten eigentlich Fisk getötet. Ja. So. Ich lege sie jetzt hier in die Ecke und stelle sie auf ganz lange Zeit. Renz ist bei mir. Der guckt ganz komisch. Warte, wer hat eigentlich Fisk getötet? In 6 Minuten geht sie hoch. Conan hat, glaube ich, einen Toten zerstört, oder? Da haben wir alle Spaß. Da hab ich deins. Nee, du bist genau aus der Richtung gekommen, wie der Soundtag kam. Ich glaube, Conan ist der Toten gegangen. Ja. Ich bin sehr langsam geworden. Warte mal, wessen Toten wurde dann gerade zerstört von Juli? Ja. Ja, dann kann gut sein halt. Dann ist Juli aber immer safe. Wie gesagt, die Bombe geht in 6 Minuten hoch, ne? Die lange Juli ist safe. In einer Ecke. Ich bin in der Mitte. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht bei ihm. Nein, ich bin bei Alex in der Nähe. Ja, aber du hast ihn hier erschossen irgendwo, oder? Er lebt doch noch. Du hättest noch mich schießen hören. Du hättest noch gehört, wenn ich schieße. Und wer war's? Ja, Grants. Grants. Julie, ich dachte, du bist auch Traitor, weil Grants hat genau vor dir einen Toten kaputt gemacht. Also wirklich so, du bist gegen ihn gelaufen dabei. Ja, ich hab's nicht gesehen. Aber ich hab's ja auch genau neben Alex und der hat einfach Krumm ran gesagt, obwohl ich genau neben ihm stand. Oh Mann. Du hast neben mir ein Totem zerstört? Ja, wo du dann meintest, das war Kunrad. Ich hab nur Kunrad gesehen als erstes, der kam mir weggehalten. Ich stand genau neben dir. Kann man mal machen. Krumm. Man sieht immer, was man sehen will, ey. Ja, richtig. Ah ja. Kunrad kannst du auch nicht vertrauen. Generell. Doch. Kunrad ist doch ganz lieber. Kunrad ist doch ganz lieber. Kunrad ist doch ganz lieber, ja. Kann man nicht vertrauen, weil dann kannst du Grants auch nicht vertrauen. Kommt auf die Frisuren, ob man den weit gr � ist. Man hat ja beide Gerritze kürze von da her. Kannst du beiden nicht vertrauen. Kannst du beide nicht vertrauen. Glaub ich als Dete irgendwas komplett randommäßiges für diesen nicht? Randomart? Äh. Du kannst als Dete... Als Dete... Als Dete kannst du diesen äh... Shainsaw Launcher machen. Der sprüht ja durch die ganze Ecke hier und killt, Alter. oh ja die idee ich will noch prozent wenn man irgendwas ist oder etwas mit talernis gezogen nicht gesagt die ganze zeit er ist raus ein wollte mich schlagen aber die türen dazu machen wenn die auf sind sind die auf nein hast du nicht damit auch nicht kommen ich schicke die aufnahme ich schicke die aufnahme und mädchen weiblich gay lady ein wird gleich die noch eine spieler auch Fisk hat eine Garnade zu mir geworfen. Ich hab sie nicht geworfen. Alex, komm mal schnell hin. Ich werde von Fröschen gefressen. Wo würde ich denn jetzt beschossen? Komm, nimm mal DNA. Nein, ich werde da jetzt nicht hingehen. Was? Wieso? Da kriegen wir einen Traitor. Ja, es ist sowieso noch Fisk. Ja, okay. Bitte. Na. Wo ist er denn? Aua. Nicht beißen. Aua, nicht hauen. Genau. Wo bist du, Locke? Wer ist es denn jetzt, Fisk? Sowieso. Ah, hallo? Da. Au. Bist du erschossen? Nee. Was für eine Flocke? Hast du das keine Musik? Hm. Hm, schade. Nein. Nein. Da war gar keine. Komm, ja, was ist das? Ich hab eine Garnade zu mir geworfen. Ich hab sie weggeworfen. Nils, da du hast mir... Äh, glaube ich war halt DT. Das hat sich gehört. Als er auf Juli geschossen hat. Auch gut. Hahaha. Das war, wenn ich echt war. Ich war konstant. Aber ich hab Fisk nicht mehr gefunden, ey. Nils fällt einfach interessant. Ich stand halt bestimmt in gerader Linie mit Juli und Juli ist ein bisschen zur Seite. Das ist geländisch mehr zu treffen. Ja, je, je, je. Ich hab gewickelt. Ja, ich hab gewickelt. Ja, ich hab auch Kunk und ausversehene Saro mitgelebt. Und dann krieg ich den Helle des Klundes. This is Halloween. Was? Nee, noch nicht heute. Na komm. Aua. Detective Random Power. Ach Gott, ey. Dieses Pikachu wird einfach über meins gestrayt, ey. Nein, da bin ich doch nicht von gestorben. Das Pikachu ist alldächtig. Das war knapp. Welche Sau sagt... Irgendwann hab ich gepordet. Das war ich. Hahaha. Hä, aber als DT, das ist zumindest total dämlich, Alex. Ja, dann musst du halt den Scheiß-Random-Arts nicht kaufen, dann schaust du Events und trollen. Ja, das ist Alex die ganze Zeit. Warte, 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 warte. Ist einer rausgelaufen? Nee, warte, warte. Ich finde das gut, dass es weniger Events vielleicht kaufen... Na, dass ich da raus teleportiert, oder was? Ein Eno. Vor dem Pikachu-Poster. Wollte halt Speedboost jetzt. Vor dem Pikachu-Poster. Stimmt, eigentlich müssen wir in jedem Raum irgendwas reinmalen. Dann wissen wir, wo das ist. Ja. Was ist das für ein Schuss gewesen? Mein Hutte wurde zerstört. Oh, das ist arme Pikachu. Ja, irgendwo da hinten. Ein Pikachu. 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 Das mit dem Port ist ganz böse. Das stimmt ja. Das ist eigentlich nicht vorwärtslaufen. Ja, creepy. Mach das gerade noch einer oder was? Was habt ihr denn? Danke für den Port. Ach, das war doch noch irgendeiner. Aber ich war gerade stehen geblieben. Es war nicht schlecht. Was habt ihr damit Pikachu gemacht? Ach, das ist ja kein. Was habe ich? Ich muss in's Queenshop. Große Pikachu. Ach, das ist geil, das Pikachu. Viel aussehen. Das ist das Horror-Ding, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was machst du da? Was sagst 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 du da? Das war das Gelbe, der ist ja ausgelaufen. Ja, da ist verrückt geworden. Und ins gelbe gerannt. Wer hat da raus? Der Handel schießt die gleiche Maita weg. Die Kredits rausholen. Das kannst du da hin springen. Ja. Wenn du wiederbelebt, wie im Little Helper und gehen. Das schaffst du nicht, oder? In der Zeit, wie lange hält der little helper? ranz erschießt mich als letztes dann habe ich nichts gesehen dieses geräusch macht mich bekloppt das ist ganz schnell so was ich hab was getrunken ich hab auch gerade überlegt was das sein könnte aber ich seh ihn nicht mal das ist lustig der ist einfach schnell wie der flash ist er wer ist denn schon du liebes du es nicht ihr habt zwei trete am leben also wenn er muss der fisk und wer war hier gerade ich habe den fast gerade noch nie gekauft ja hier nimmt doch die fässer ihr bobos hat er geht hoch gar nicht er geht dann doch gut dieses blöde gehirn ist noch mal leiche da los auch dort schade er abgemacht war ich als letztes und du erschießen ich weiß nicht wie habe ich dich denn getötet auf dich geschossen doch weiter hallo gesehen auf dem ist wirklich schwer aber ich hab dich du bist auch der einzige der auf der war am ende aber du musst ja irgendwie alleine sein um das hund kaputt zu machen ja so ein bisschen treuen das war das ich war das nicht das war nils du kommst oben nicht raus da fisk hier ach so da warte mal hey das ist nur deine hand die laufen sie alle durch was ist das da was du da hast ja hast du mich gerade gehauen nein ey nils schlägt mich einfach bitte ist jetzt feier leute nils hat mich gehauen flocke recht mich bitte ist jetzt feuer die mitte ist jetzt nur grobe da ist kein außerhalb ist der boden wirklich aber das ist da drinnen berühmte letzte worte da ist kein aua mich schießt jemand an alex alex ist es leute nein in der mitte nicht meiner mitte julie nein wer hat mich hier wurde einer gehalten ne alex 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 kauf lebt naja 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 wer war das jetzt oh mein g ich habe mich gar nicht mitbekommen was gerade da bist du nicht die einzige klar was auch okay der schwinge grund natürlich nicht von dir gedacht ja was kann jemand getötet was soll das sein 1k autos wie gestorben du kannst du aber du kannst du nicht ah du blockst mich random gun ach so das ist die random gun oh ich hab die falsche gekauft fuck ich weiß nicht mal ob das ist schweizhaft aber das tut mir jetzt ein bisschen leid die map ist echt schwer für traitors oder hat nur noch einer gelebt am ende ich hab noch nicht geschossen wer war denn der typ der mich gefolgt haben soll aber wieso was doch wenn du mit dann war ja ich habe ja nicht ich habe ja nicht noch mal warum meine position was du natürlich du hast du warst bei alex als alex anführungszeichen tot war hast du hast gesagt deutlich ist tot wieder mit maru drauf geschossen wo sie aufrufen er hat es genau beobachtet auf mich bei den streichspieler auf jeden Fall dann ist das klären der falsche gemacht er hat er schon mal schön shoppen ja, ich hab was gegessen ja, das sag ich auch ja, man ich hab wirklich was gegessen hat er schön geparkt qualter's pain eigentlich ich hab keine ahnung deswegen werd ich ihn jetzt töten alter ha, Alex, vom hihihi nur Arschgeige hast du das gesehen Die Ansage macht nur als Traitor singen. Oh mein Gott, Dallu, lauf! Oh Gott! Das war Magen. Ich bin drüber gelaufen. Vor allem Schildkröte. Ich bin so gut wie tot. Tautau, wenn du jemanden töten willst, dreh dich um. Hinter dir, Tautau! Das Ding ist eine Schildkröte. Tautau! Lebst du? Ich kann nicht schießen. Wir sind so hübsch. Ich hab mal einen Schneeball in der Hand. Ich hab ihn. Eine Schildkröte hängt bei Dallu fest. Ich hab nur noch zwanzig, Leute. Das ist jetzt Dallu, die Schildkröte. Die kommen nicht weg. Oh, hallo, hallo. Was geht, Schildi? Oh, ich wurde angeschossen! Scheiße, ich bin fast tot. Von Kunran. Ich bin DC. Ja, von Kunran. Ändert ja nix. Ändert ja nix. Weg. So, ich muss. Warte, Auszeit. Auszeit? Rohzeit. Rohzeit. Schade. Und damit haben die Trader noch eine Runde geholt, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Wir sind in der nächsten Runde wieder. Tschö. Tschö! Bis zum nächsten Mal.